Durch den Tag ist immer 100% Surf-Experience, deswegen spiele ich da meist eh nur Surf. Willst du gleich nach Hause kommen, Schatz? Ja. Willst du dich auf dem Bett? Ich mache mir ein Toesheim und jetzt ein Bettbrückchen. Warum soll ich auf dem Bett? Oh scheisse Buben! Nein! Ah! Ja, ich denke, sie machen so scheisse, die unerwartet kommen die ganze Zeit. Wow! Ich habe mich ausgelacht. Ja, die kommen mich jetzt retten. Doch, hier. Aber ich habe schon lange nicht mehr gegen Buben gespielt. Was denn? Das Verdacht hat mich gerade geheilt. Mit der Buba kommt. Oh, ich muss mich auf dem Bettbrückchen. Hm... Dass der Buben kommt. Ja, für das B... Hä, weil nicht der Kaiskerator anwurschlaufen? Ja, warte, ich geh mal um Kaisker zu helfen. Ah, das ist nicht der Kaisker. Ist der Keller im Schlachthaus? Es gibt zwei? Ach so, wo er fangen kann. Ich dachte, es gibt zwei Kellen. Gut, das ist kein Kämpfer, Bubba zum Glück. Aber mit Bubba ist manchmal verleitet zu kämpfen, keine Ahnung. Ja, also ich muss sagen, bei Bubba bin ich auch eher immer ein bisschen in der Nähe. Ja. 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 Was ist das? Jede Zaya, Jede Zaya, Jede Zaya, Jede Zaya, Jede Zaya, Jede Zaya, Jede Zaya. Hey! Ah, jetzt kommt sie in die Richtung! Ja, du bist mir geschrien! Hä? Bubaa! Was sollte denn dieser Schlag jetzt noch? Wir kriegen einfach keine Chance durch. Bubaa ist einfach zu stark. Was? Was? Nein, was willst du? Weiss ich nicht, haben sie im Schlagspiel. Okay. Ja. Oh! Ich glaube, ich höre bald auf. Aida zu spielen! Weil sie verleitet sind, die scheisse Resi Chars, des öfteren Mal rauspannen. Was? Was? Alle die Pondons uns hier reingeschnitten. Ja, nein. Ich bin schon Aida. Wir können. BIP-BIP! Ich hab tatsächlich auch, wieso heisst du mich direkt, wo der Cengra da auf der Block du ist, Digger? Noch 2 Cengs, dann wäre sie wieder offen, der Gage, aber vorhin beim ohne war ich auch offen, dann wäre sie offen. Das ist gut, dass er den anderen nicht am Haken macht. den oh ne irgendwie versucht jetzt jeder warum auch immer, der ist noch nicht mal einmal am Haken gewesen, den zu retten ah, der der wurde nicht aufgehängt dafür ah, ok ah, ja ja ich glaube, wir sind beide tot wenn er zu uns kommt und er kommt oh, das ist eine gute Stelle um ihn einfach auf Abstand zu halten ah, nein, jetzt hat er meinen Verwandt weg, wenn mache ich es auch äh oh må ich kann auf Bestand wenn er äh sef äh 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 ä Ah, mit mir warst du dich jetzt. Ah, okay. Cage versucht zu sabotieren. Cage hat sabotiert. Cage versucht es nochmal. Das schafft er aber natürlich. Oh, hat es geschafft, zeitlich. Oh nein, jetzt hat er mich trocken lassen, weil er mich nicht aufhängen kann. Oh nein, ich bin weg, ich bin weg. Dies hält mich am Boden. Nein, das ist not possible. Das Kind ist am Fernsehschauen. Ah, help me. Wir sind keine Paletten mehr. Oh, ich bin noch im Game, ich bin noch im Game. Nein, 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 nein Ja, das ist rausgekrabbeln! Scheiße! Dankeschön!